hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von sky special edition ja wir sind auf dem weg um eine goldene klaue zu holen bei miesen wetter das hat einfach nie aufzuschneiden ja gut dann wollen wir mal und wir sind hier völlig falsch waren so eigentlich hingegangen aber wir die gesehen haben ist das was zum sammeln laufen wir hier sind richtig ist da wer ich muss so in diese perspektive gehen mit stutz hügelgrab entdeckt ist er nicht die schwester von dingens weißt du randolf randolf da oben ist jemand da habe ich schon eingesehen ich bin nicht gut in bogen schießen das sollte ich glaube ich vielleicht überlassen müssen wir hoch die untergefallen blöd wo denn die ist gut ach warte moment wie gesagt ich bin nicht gut was hast du für mich mach macht keiner auch hierzu ja was wollt ihr machen hä was wollt ihr massage halt uns zum todel so beschlang ne Rüstung, Eisendolch, Ohlenfrieden. Wer ist wer? Dietrich? Hey du, ich möchte einige Dinge mit. Pass mal auf, du nimmst Jagdbogen, Langbogen, 4 Stück, plus 6, Stahlkrieghammer. Die Kammer, den kannst du nehmen. Da habe ich noch ein Stahlschwert. Das kannst du alles haben. Und die... Elfung kannst du haben. Schaden 7. Schaden 9 plus 6. Schaden 8. Ich nehme den Jagdbogen. Und was wird der Jagdbogen nennen? Mit Eisenpfeilen, oder? Hier hast du noch ein Eisenschwert. So. Rüstung. Ja, kann ich gleich mal anprobieren. Weltsrüstung habe ich schon, ne? Minus 3. Felderrüstung ist gleich wie die. Sieht nur anders aus. Okay. Ähm. Dann mal los. Ja, Moment. Nicht hektisch werden. Ich würde nämlich gerne mal die Felderrüstung anprobieren. So. Steck ein. Und zeig dich. Ja. Für die Kälte. Ist es okay. Okay. Wo müssen wir rein? Gibt es bestimmt noch ein paar. Dann müssen wir rein. Okay. Black Folkstempel. Ja, manche Sachen sind auf Englischheit durchgezogen. Schmutz. Aber nicht so viel. Bis jetzt habe ich nicht so viel festgestellt. Ähm. Äh. Favorit machen. Und. Das nehmen. Ob ich treffe, ist eine andere Sache. Es ist wirklich. Lassen wir die Spielchen. Ja, hast recht. Lassen wir das. Ach, Sven. Ich war schneller als du. Durchsuchen. Ähm. Ich kann noch reichlich tragen. Was geben wir ihm? Granatstein? Okay. Von mir aus. Hier, Dietrich. Ach. Ich habe immer Angst, dass sie nackt auf einmal vor mir liegen. Du. Ich habe noch was für dich. Ich gebe euch Deckung. Oho. Was soll ich nehmen? Ach. Pfff. Alles, was du tragen kannst. Zum Beispiel dieses Stallkriegs-Axt. Oder ein. Das. Dann haben wir nicht das noch für dich. Und noch einen eigentlichen Dolch. Dann habe ich. Das für dich. Eine behalte ich für mich. Pelz. Pelz. Armschienen. Pelz. Rüstung. Pelz. Schild. Er sucht sich. Oh. Er sucht sich dann aus. Dann mal los. Was er gerne mag. So gibt es hier was zu loben. Außer die Toten. Oh. Ja. 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 Die sind bestimmt auch. Gut. Wird es zutaten. Oder soll man die essen? Facke wäre nicht schlecht. Ja. 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 So viele Ratten. Ach. Langsam ist nur genug. Könnten wir hier schlafen? Oh. Wo geht's? Oh. Nein. Nein. Oje. Gold und Zaubertrank der kleinen Heilung. Und dann bin ich dafür einmal zu speichern. Schlafen hat keinen Sinn. Es sei denn mein Spiel gibt es das eigentlich. Überlegen. Ah. Spinnenbild. So eine Granatringe. Sehr schön. Da haben wir einiges Platz verkaufen. Leer? Leer. Na toll. Oh. Es geht noch tiefer rein. Oh. Oh. Eine tote Ratte. Riesige Ratten. Nein, also Ratten sind finde ich nicht schlimm. Also Spinnen sind für mich das absolute Gewicht. Drei, Wert zwei. Brauchen wir nicht. Kann man auch kaufen. Kleine Heilung. Dann weiter. Eieieiei, wo sind wir hier gerangt? Was ist passiert? Ist tot? Ich habe ihn nicht getötet. Oh. Er hat wenigstens eine Fackel. Können wir Fackeln eigentlich auch als Favoriten nehmen, falls es zu dunkel wird? So, was ist das denn hier? So ein Rätselding a la Tomb Raider. Da sind auch welche. Eins ist runtergefallen. Was soll es sein? Wahl. Schlange. Schlange. Hier ist Adler. Wahl. Und Adler. Äh, wie? Kann man Säulen aktivieren? Sollen wir das da oben nachmachen? Also als erstes kämen wir dann Wahl, oder? Wahl. Schlange. Schlange. Aua, nein, ist falsch. Okay. Ja, ja. Kommt hier der Wahl und hier die Schlange. Genau andersrum. Ah, eh, voilà. Ich sollte wieder darauf gehen. So, lesen die. Moment. Gold und winziger Seelenstein. Leer Seelenstein. Leer Seelenstein. Kommt noch eine? Da sind aber überall die Viecher, oder? Äh, wie war es drin? Hier. Also, lesen. Dieb. Dieb. Dieb von Reben. Okay. Nehmen wir. Also, ich habe mir überlegt, ich mache das immer sonntags. Also, jetzt sind Sonntag nicht, der kommt. Danach den Sonntag. Danach den Sonntag. Kommt noch mehr? Oh Gott, hattest du dabei? Oh Gott, hattest du dabei? Nehmenrolle des Feuerballs. Schwachs Gift der Lähmung. Leichentuch? Nein, Leichentuch. Hier. Wie gesagt, ich brauche noch ein paar Motzen, ein bisschen für die Textur. Vielleicht habt ihr da ein paar Vorschläge? Bei manchen Texturen finde ich noch nicht so schön. Sonst nichts hier, ne? Kann ich das anmachen hier? Platzen? Nein. Nein. Nein, nicht schon wieder. Hilfe! Hilf mir, es loszuwerden. Hilf mir! Schärf schon! Töte das! Töte das! Haben wir doch schon, Mensch, gib Ruhe. Jetzt warte, ich habe was zu tun. Ich muss looten. Romifizierte Leiche. Ja, ja, warte, du kannst noch warten. Du kannst warten. Spinnenei. Ja, jetzt warte. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe, habe ich gesagt. Helft mir hier raus! Ja, warte nur die Triche? Wie langweilig. Helft mir! Hilfe! Ja! Ich bin am Sammeln. Holt mich runter! Mich runter! Gleich! Das ist nur Leiche. Auch nur die Triche. Langweilig. Ach so, leer. So, wo hängst du denn? Hilfe! Ja, ich komme. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Äh, gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann, oder gebt mir zuerst die Klaue. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen. Ihr müsst mich erst losschneiden. Okay. Na toll, jetzt haut er ab. Bleib mal. Ach, der kommt nicht weit. Ich muss alles durchschauen. Alles leer. Mist, verdammt. Ist abgehauen. Äh, ja, wir kriegen den schon. Der wartet bestimmt. Irgendwie gefällt mir nicht, wie sich das hier entwickelt. Mir auch nicht. Der hat Gold. Eisen, zwei Hinne und Gold. Gruselig. Der hat auch Gold. Die sieht anders aus. Oh, ha. Sehr gut. Äh. Ich mache alles mit. Wie gesagt, äh, wir gucken. Heavy. Oh, die zieht sich mal an. Warte. Sind beide leer? Geht doch mal beiseite. Ich habe doch nur einen gelootet, oder? Die sind nicht ineinander verkeilt hier. Komm her. So. Eisenschild, Granatstein, Heavy North Armor, Heavy North Helm. Und nacktes Haar. Ich sag's doch, er wartet. Das Spiel lässt bestimmt ihn nicht abhauen. Sonst und wer hier? Gold? Pelzrüstung. Pelzrüstung. Ähm. Wir ziehen. Mir ist kalt. Heavy North Rüstung. Heavy North Armor. das ist von der mord die so eine beschreibung und amos für die so laufen wir jetzt rum naja nicht lange ich hoffe ich finde noch was besseres abel der durchsuchen also abels tagebuch goldene klaue pelz und schiene pelze tunika mit gürtel da lag doch da ja jetzt bin ich überladen bin immer noch da ja gut was soll ich nehmen ich muss mir du kannst nehmen dann ist er voll ist so was von voll rolle des feuerwalds ein feuer explosion die in einem radius von fünf metern 50 schadenspunkt verursacht wenn er ziele allein zusätzlichen schaden das heben wir uns auf geht ihr voran ja ich gehe voran und müssen wir schon wieder habe ich nicht gespeichert gut gehen wir wieder runter also ich würde aber sagen dass wir im nächsten part weitermachen denn man hat mir geraten nicht so lange folgen zu machen eigentlich aber man kommt ja aus dem spiel auch nicht mehr raus wenn man einmal drin ist es ist halt die sucht gezählen wir in schatz nein schade 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 okay jetzt ist noch warum so viele tote ratten hier liegen ach so ist leer da er ja schon so voll bepackt ist werde ich schauen nicht mehr alles zu nehmen nur was wert hat so gut fackeln nehme ich auf jeden fall machen wir an das brauchen wir alles nicht das hat keinen wert außer vielleicht das und das okay zuerst war Schlange Schlange Wahl oder umgekehrt ich habe es wieder vergessen ja ich glaube schon wenn ich habe Pech okay lesen lesen dieb nehmen leertruhe seelenstein leer seelenstein so jetzt müssten doch die ratten kommen oder sag ich doch mal schade bis ich eine so ich war gut das ich bin Kommt noch eine Ratte? Möchte ich? Ich dachte, da wäre mehr vorher gewesen. Gut, dann nehmen wir das wieder, das. Sonst war hier nichts. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Break. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Und... Kommt da jemand? Seid ihr das? Haken wir? Wir haben so lind. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich. Also, bis dahin. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020